DNA-Spuren am Tatort führten zu jenem Mann, der gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter im Sommer in der Wiener Wohnung von Ministerin Karoline Ettstadler einbrach. Mit einem noch nicht gefassten Mittäter brachen die Maskierten mit Hebelwerkzeug und einer Druckplatte die Sicherheitstüre der Wohnung auf. Von den Kameras in der Wohnung war der Einbrecher überrascht. Rasch drehten sein Kollege und er sie zur Seite und drehten den Strom ab. Nicht rasch genug, denn Ettstadler alarmierte von Frankreich aus sofort die Polizei. Zwei Monate später konnte der Mann schließlich festgenommen werden. DNA-Spuren am Metallzaun des Wohnhauses verrieten ihn schließlich. Der Einbruch lohnte sich für das Duo keinesfalls. Zwar suchten die Männer fleißig Wertgegenstände zusammen und packten sie alle in einen Trolley, ließen ihn mit der Beute im Wert von zumindest 8.000 Euro, hieß es in der Anklageschrift, aber zurück. Die Polizei ließ nämlich nicht lange auf sich warten. Aufgrund der einschlägigen Vorstrafen fällt das Urteil rasch. Vier Jahre Haft für den Serben. Der Strafrahmen betrug bis zu 15 Jahre Haft. Der Einbrecher nimmt an. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Strafrahmen betrug. Untertitelung. BR 2018